Musik 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 Zeig dich! Los, wenn du dich traust! Hast Angst, was? Solltest du auch haben? Wie lange willst du denn noch deutlich machen? Geh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Dies ist ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Ada, ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt... Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Aida, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Also, Leute. Nutzen Sie im Notfall die Daten vorgesehene Telefone, um bunteilig in den Fahrer zu fordern. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie davon abstand nehmen, die Protektorenbegleiter zu manipulieren. Cool. Cool. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Das ist der Weg. Zeit. Das ist der Weg. Wenn Sie das anziehen wollen. Sauber bleiben, Bosten. Bitte werfen Sie da aus und retten Sie die dafür vorgesehenen Fülle. Löcher! Es ist die Mutter da, zwischen Fahrgons hier durchzugehen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hey Hey, Piper Du hast wirklich ein Talent dafür, Ärger zu finden, oder? Ist das ein Problem? Ganz und gar nicht Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet Scheiße, bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite Ich würde sagen, alles für die Story Du hast ein spannendes Leben geführt Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist Ärger bekommen, das machen Leute wie wir Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein Ich hätte es mir nicht anders gewünscht Ich mag es, wenn du in der Nähe bist Oh, äh, danke Blue Das ist unglaublich süß Unkommt unerwartet Also, willst du hier verschwinden? Läufungsgeräusche Läufungsgeräusche Vielen Dank.